Hallo Leute, Apple hat mit iOS und iPadOS 17.6.1 ein neues Update für iOS 17 veröffentlicht und in diesem Video zeige ich euch wie immer alles, was ihr darüber wissen müsst. Neben 17.6.1 für iPhone und iPad hat Apple auch für den Mac und der macOS Sonoma 14.6.1 veröffentlicht und auch Updates für iOS 16 sowie macOS Ventura. Etwas mehr als eine Woche nach der Veröffentlichung von 17.6 folgte also bereits 17.6.1. Ein Update, das laut Apple wichtige Fehlerbebungen enthält. Von Sicherheitsupdates wird ja hier manchmal auch gesprochen, in diesem Fall allerdings nicht. Ein Blick auf die Liste von Apples Sicherheitsupdates zeigt auch warum. Für 17.6.1 gibt Apple an, dass dieses Update keine veröffentlichten CVE-Einträge enthält. Das heißt, es gibt hier auch keine weiteren Details. So wie es aussieht, fokussiert sich das Update also wirklich hauptsächlich auf Fehlerbebungen. Eine Fehlerbebung, die Apple hier anspricht, betrifft die Funktion erweiterter Datenschutz. Man findet die Funktion hier ganz oben, wenn man auf seine Apple-Eddie tippt, unter iCloud, wenn man dann hier ganz nach unten scrollt. Erweiterter Datenschutz verschlüsselt ja diverse iCloud-Daten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und 17.6.1 behebt jetzt ein Problem, das dazu führen konnte, dass man erweiterter Datenschutz entweder nicht aktivieren oder deaktivieren konnte. Allerdings gibt Apple ja hier an, dass dieses Update wichtige Fehlerbebungen enthält und eben dieses Problem löst. Das heißt, so wie es aussieht, kümmert sich dieses Update auch noch um weitere wichtige Fehlerbebungen. Doch leider macht Apple dazu keine konkreteren Angaben. Das könnten diverse Probleme unter 17.6 sein oder eben allgemeine iOS 17 Probleme, die schon länger bestehen. Wovon zumindest unter 17.6 öfters berichtet wurde, sind Probleme mit dem App Store. Einige andere Nutzer berichten auch von Problemen mit CarPlay. Was die Akkulaufzeit angeht, haben einige von euch ihre Erfahrungen unter meinem 17.6 Video geschrieben. Einige von euch sagen, dass die Akkulaufzeit besser geworden ist, andere meinen, sie ist schlechter geworden. Also ihr seht, die Erfahrungen scheinen da sehr unterschiedlich zu sein. Aber vielleicht sorgt 17.6.1 auch in dieser Hinsicht für Optimierung. Wovon ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, selber habe ich es aber nicht erlebt, ist ein Problem mit dem Hintergrundbild, wo es passieren kann, dass gerade beim Wechsel vom Sperr auf den Home-Bildschirm das Hintergrundbild stark an Sättigung verliert. Also ihr seht, es gibt unter iOS 17 immer noch die ein oder anderen Probleme, die behoben werden könnten und 17.6.1 könnte hier möglicherweise helfen. Wie sieht aber eure Erfahrung seit dem Update auf 17.6 aus? Sind dadurch bei euch irgendwelche Probleme entstanden, die dann eben jetzt hoffentlich mit 17.6.1 behoben werden? Oder lief bei euch alles nach dem Update auf 17.6 problemlos? Schreibt eure Erfahrung wie immer gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.